Ich bin depressiv, weil ich hochsensibel bin. Solche Aussagen höre ich öfter. Und gerade in den Social-Media-Beiträgen werden Hochsensibilität und Depression miteinander verknüpft und in einen Topf geworfen. Zum Teil mit verheerenden Auswirkungen für die Betroffenen. In diesem Beitrag erfährst du, was ist der Unterschied einer Depression zu der Hochsensibilität nach Erin. Was genau ist eine Depression? Wodurch entsteht sie? Und wie ich meine Depression erlebt habe. Als Beispiel, warum viele Menschen unter einer Depression leiden, ohne es zu wissen. Herzlich Willkommen. Ich bin Sandra Quedenbaum und seit 2005 arbeite ich mit Hochsensiblen. Das mache ich in Form von Coaching. Ich biete Seminare und Vorträge und auch Ausbildungen mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität an. Was ist der Unterschied einer Depression zur Hochsensibilität nach Erin? Die Hochsensibilität ist ein psychologisches Modell, das von Elaine Erin entwickelt wurde. Nach ihren Forschungen zeichnen sich hochsensible Menschen aus durch eine tiefe Verarbeitung von Informationen, eine leichtere Überreizbarkeit des Nervensystems, eine starke Gefühlswelt und eine starke Empfänglichkeit für schon leicht Reize. Bei dem Konstrukt der Hochsensibilität handelt es sich um ein Persönlichkeitsmodell, das Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen bündelt, um sie dadurch versteh- und handhabbarer zu machen. Das Enneagram, das DISC-Modell oder auch das Big Five sind weitere bekannte Persönlichkeitsmodelle, die Menschen helfen, sich und andere besser zu verstehen. Mehr zur Wissenschaft und Forschung über Hochsensibilität bekommst du in meinen früheren Beiträgen. Eine Depression ist ein Konstrukt, das ein Krankheitsbild beschreibt. Hier werden Merkmale zusammengefasst, nachdem die Krankheit Depression diagnostiziert wird. Die Depression gehört zu den affektiven Störungen. Als affektive Störung werden psychische Erkrankungen bezeichnet, die mit einer starken, krankhaften Veränderung der Stimmungslage verbunden sind. Bei einer Depression ist der Affekt unterdrückt und zeigt sich zum Beispiel durch eine gedrückte Stimmung und oder Antriebsmangel. Wichtig! Das Konstrukt der Depression beschreibt ein Krankheitsbild. Das Modell der Hochsensibilität beschreibt lediglich Persönlichkeitseigenschaften. Auch hochsensible Menschen können eine Depression bekommen. Die Depression kommt aber nicht, wie es zum Teil kommuniziert wird, durch die Hochsensibilität. Wodurch entsteht dann aber eine Depression? Der Ursprung einer Depression kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. Je mehr Faktoren zusammenkommen, je anfälliger sind wir für eine Depression. Hierzu gehören auch genetische Faktoren. Gibt es in der Familie bereits Menschen, die von einer Depression betroffen sind? Psychosoziale Faktoren Das sind Einflüsse aus dem sozialen Umfeld, vornehmlich der Kernfamilie, die sich auf die Entwicklung und die Psyche auswirken kann. Neurobiologische Faktoren Diese beschreiben körperliche Ursachen, zum Beispiel ein Ungleichgewicht von Botenstoffen, die im Gehirn wirken. Außerdem auch hirnstrukturelle Veränderungen, zum Beispiel eine Verkleinerung des Hippocampus, die aber häufiger bei Langzeitbetroffenen auftritt. Nach meinem Wissen ist noch nicht klar, ob die Gehirnveränderungen durch die langhaltende Depression entstehen oder ob sie der Grund für die langanhaltenden Depressionen sind. Außerdem können auch Entzündungsprozesse im Gehirn für eine Depression verantwortlich sein. Genauso wie hormonelle Faktoren, zum Beispiel bei einer nachgeburtlichen Depression. Sowie Dauerstress oder auch traumatische und belastende Erlebnisse. Zum Beispiel durch Missbrauchs- oder Gewalterfahrung, Vernachlässigung, sowie überwältigende Erlebnisse wie Unfälle, Naturkatastrophen, Krankheit oder auch den Tod einer Bezugsperson. Das psychodynamische Modell schreibt gerade früher in Beziehungserfahrung eine sehr große Rolle bei der Entstehung von Depressionen zu. Auch eine Alkoholsucht kann Depressionen verursachen, genauso wie Schwankungen im Tagesrhythmus. Auch ein starker Schlafmangel kann zu Depressionen führen. Häufig ist eine Depression ein Anzeichen, dass das Stresssystem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Viele der oben genannten Faktoren führen genau dazu und ein möglicher Therapieansatz ist, das Stresssystem wieder zu stabilisieren. Leider wird eine Depression aber häufig gar nicht als eine solche erkannt. Laut Statistik erkranken 8 bis 20 Prozent der Menschen in ihrem Leben an einer Depression. Allerdings werden 50 Prozent der Depressionen nicht richtig diagnostiziert. Eine Behandlung erfolgt durchschnittlich sieben Jahre nach der Erkrankung. Unfassbar, wie lange Menschen leiden, bis ihre Krankheit behandelt wird. Ich selbst habe lange nicht gewusst, dass ich an einer Depression litt. Weil ich dachte, bei einer Depression müsse es einem schlecht gehen. Mir ging es aber nicht schlecht. Mir ging es irgendwie gar nicht. Als Hochsensible nehme ich normalerweise meine Gefühle sehr intensiv wahr. Traurigkeit genauso wie Freude und Begeisterung. Dadurch, dass ich damals meine Trauer bewusst unterdrückte, unterdrückte ich auch alle anderen Gefühle und fühlte fast gar nichts mehr. Erst als daraufhin meine Schilddrüse begann verrückt zu spielen, wurde mir klar, dass ich etwas tun muss. Ich war überrascht, dass mir eine Depression diagnostiziert wurde, da ich bis dahin davon ausgegangen bin, dass eine Depression zwangsläufig mit Gefühlen von Traurigkeit und Niedergeschlagenheit einhergeht. Ich hatte aber einfach gar nichts gefühlt. Durch einen Klinikaufenthalt oder eine anschließende ambulante Therapie bin ich Stück für Stück wieder in die Lebendigkeit gekommen. Die Hochsensibilität und Depression sind zwei verschiedene Dinge, die sich manchmal begegnen. Eine Depression ist eine Krankheit und die kann jeden treffen. Das Fiese an der Depression ist, dass wir, wenn wir in ihr stecken, das Gefühl haben, es ist gar nicht möglich, dass wir uns besser fühlen können. Und, dass die Symptome einer Depression häufig falsch gedeutet werden oder nicht ernst genommen werden oder aus einer Scham nicht bei den Ärzten kommuniziert wird. Auch wenn schon viel Aufklärungsarbeit geleistet wurde und auch viele Prominente sich schon öffentlich zu dieser Krankheit bekennen, Wenn die Depression dann nicht erkannt wird, wird bei älteren Menschen häufig eine Pseudodemenz vermutet. Es zeigen sich viele Symptome einer Demenz, aber eigentlich ist der Mensch an einer Depression erkrankt. Wird eine Altersdepression festgestellt, werden die Betroffenen häufig nur medikamentös behandelt, obwohl Studien belegen, dass eine Therapie oder eine Verknüpfung der medikamentösen Behandlung zusätzlich zur Therapie häufig viel hilfreicher und effizienter sind. Die Betroffenen selbst, aber auch die Fachpersonen gehen davon aus, dass eine Therapie im Alter nichts mehr bringt. Diese Annahme wurde aber in weitreichenden Studien bereits widerlegt. Im nächsten Beitrag erfährst du, woran genau du eine Depression erkennen kannst, bei dir und bei anderen. Denn umso eher eine Depression erkannt und behandelt wird, umso schneller wird das Leben wieder bunt. Schreib mir deine Erfahrungen in die Kommentare und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ây. Untertitelung des ZDF für funk, 2017